Hallo ich bin der Claude Netto und ich möchte dich hiermit zu dem AfroWise Festival am 8. bis zum 19. Juli 2023 in der Burg Frankenberg in Aachen einladen. Was ist der AfroWise Festival? Der AfroWise Festival ist ein Festival wo du die Möglichkeit hast viel über die afrikanische Kultur und das afrikanische Feeling zu erleben und zu erfahren. An dem Tag werden viele internationale Künstler mit afrikanischer Herkunft da sein um ihre Wissen mit dir zu teilen. Das ist eine Gelegenheit die du nicht verpassen solltest falls du dich für die afrikanische Kultur interessierst. Also falls du dich für die afrikanische Kultur interessierst, bitte kontaktiere diese Nummer um deinen Pass zu reservieren. Bis dahin, Ciao! 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 Ciao!